Man probiert sich da irgendwie durchzufruseln. Boah, was? Alter! Lena, schön. Scheiße, man. Die Basis ist uns unbewacht von uns. Liegt natürlich auch an mir, weil ich ein blindes Huhn bin. Sehr gut, Tobi. Mit dieser Ego-Perspektive bin ich klar! Wir sind wieder zurück bei GTA Online und wir spielen heute den Job Überfall auf Gegenseitigkeit. Das ist ein Capture-Modus und wir zocken wieder mit den alten Bekannten aus dieser Session. Benni, alias LeMassif und Herr Bergmann und Curry und Mafuyu und Zaraza und der gute Dena. Hello! Willi Schmidt nicht vergessen, ne? Willi Schmidt macht auch Schmidt, ne? Willi Schmidt, natürlich, der Stammgast. Willi Schmidt, aber ich glaub, sein Mikro ist kaputt, hab ich schon länger nicht mehr gehört. Ja, ja. Dann ist es schade eigentlich, ne? Richtiger Willi. Soll er die Willi nicht rausholt. Oh Gott. Sorry, kleiner Witz am Rande. Ich stell mir Walle immer so vor mit so'n Drink in der Ecke, der dann ab und zu mal so'n Witz reinhaut. Und er sich dann selber so auf die Schulter klaut. Das sind übrigens die gleichen Teams. Genüss, ich hab' meinen Eistee aus der Dose. Prost. Sehr schön. So, wir sind wieder die gleichen Teams, liebe Leute. Und Zaraza muss einmal bereit klicken. Und der Benni auch. Hey, Los Santos. Hey, Los Santos. Yeah. Jungs, heute zeigen wir denen, wo der Hammer hängt. Echt? Der Willi weiß, wo er hängt. Komm, der Willi. Bergmann. Ja. Du drehst ja viele Minecraft-Filme. Du kannst bestimmt so'ne richtig heroische Anrede halten, oder? Das hat ne Anrede. Ich könnte jetzt einen heroischen Film drehen hier raus. Aber das wäre natürlich auch geil. Gut, dann machst du den, das GTA-Movie. Man hat somit GTA-Movie angekündigt. Voll geil. Der Arme. Wir müssen eine Reisetasche holen. Aus der gegnerischen Basis. Ja. Hey, das ist meine Waffe Curry. Meine! Komm mit dir. Die ist oben, Benni, die ist oben. Soll dich ein wunderschönes altes Auto mit Gangstern. Sieht so scheiße aus einfach, Tobi. Ich gucke die gleich, ich sehe scheiße aus. Benni. Also Wander, du hast den richtigen Autogeschmack bewiesen, würde ich sagen. Das ist eine Abkürzung. Nein! Nein! Vergesst nicht, noch ein bisschen Waffen einzusammeln und sowas. Du jumpst raus, holst dir die Tasche, ich fahr weg. Ja! Nein! Ey, du bist doch... Ach, das gibt's doch nicht. Alter, du bleibst in der Karre. Genau. Das gibt's doch nicht. Super Idee von Dennis, auch für uns. Du bist doch ein Arsch. Ey, ihr müsst doch nicht so die Autobahn fahren, oder? Ne, du fährst eigentlich nicht so... Komm, wir dann vorschlagen, wir... Ich weiß nicht, was tust du denn? Die Basis? Ich hab mir nur gut zu lassen wollt. Warte mal, ich... Verlink das mir gerade. Boah! Wo ist denn das Navi eigentlich? Jetzt sitz ich am Arme an Steuer. Ah! Navi? Oh nein, so... Ich kann mal, ich kann mal. Ja. Gib Gas, gib Gas, gib Gas! Diese Mission wieder, nur der Ego-Perspektive. Alter, wo ist denn der? Ihr Scheiß-Bahn ist hier. So, wo ist der? Ich war extra einen kleinen... Ich fahr da... Umfahr das, Tobi. Achso. Einer ist in der Base geblieben, ne? Das haben sie natürlich gut gemacht jetzt. Bei uns nicht. Warte, ich steck aus. Da ist doch keiner in der Base geblieben, das war doch keiner. Sag doch mal dem Willi Bescheid. Absolut. Oder? Jetzt hab ich sie. Tobi hat unsere Reisetasche, aber solange die nicht in ihren Basis bringen, ist okay, wir müssen sie abknallen. Was denn? Kann ich mich doch erst mal einsteigen? Was machst du denn? Okay, Dena, ich folge weiter der Linie, ne? Ja, ja. Wo? Na, pass auf, ich sag dir gleich, du biegst an gleich eine früher ab, alles klar? Okay. Du biegst hier ab, hier ab, hier ab, beim Bus. Nein. Nein. Was auf, ne? Oh nein. Leute, jawohl nicht. Wo seid ihr denn? Oh nein. Oh, willkommen. Kommt, komm, komm. Ein schöner Auto. Das war die von Leuten. Okay. Vorsicht, das ist einer. Da ist einer von denen. Wir sollten vielleicht ein bisschen... Oh, komm, ich zieh durch. Alles klar. Ey, weiß ja, wo ist der? Unter uns, unter uns wahrscheinlich. Äh, steig aus, steig aus, steig aus, steig aus. Ich baue ne Waffe. Komm, Benni, Benni, Benni. Wo bist du? Hier, Tobi, guck mal, da sind ganz viele Punkte. Siehst du das? Guck mal, da unten, siehst du. Wollen wir die abschließen? Ich weiß nicht. Hey! Da rennt die Reisetasche, da rennt die Reisetasche. Wo ist der andere Schauspieler? Wir rennen nicht, wir fahren. Die sind unter uns. Ach fuck, unter uns. Die sind unter uns. Oh Gott. Oh nein. Tobi, Tobi, wir sollten ins Auto steigen und dann da runter. Bleib drin, Tobi, bleib drin. Scheiße. Oh nein. Tobi, bleib drin. Oh, ich hab wen erwischt. Komm, Tobi, 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 komm, 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 komm. Nein, komm, 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 komm. Oh, ich hab wen erwischt. Die sind oben auf der Bücke, Leute. Ich hab wen erwischt. Nein. Wo ist der Bergmann? Nein, ach komm ey. Ja, komm Tobi, rein da. Ja, komm Tobi, rein da. Diese Ängern sind, die machen ich immer. Reiner, Tobi. Yes, komm. Barde, du kannst runter springen. Rechst die Tasche, übrigens. Ja, das funktioniert. Ja, das funktioniert. Das funktioniert ganz gut. Mach ich auch mal privat. Okay. Wo ist die verdammte Tasche? Hier, hier, hier. Hier, ich hab sie. Ich hab sie. Eingesammelt? Okay. Okay, lass das Auto nehmen hier wieder. Benni, komm, steig ein. Curry und Benni, ihr müsst die Tasche aufhalten. Ja, wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg. Vorsicht, Vorsicht, ich komme. Komm, Benni, ich glaube an dich. Okay, let's go. Der kann eh nicht mitfahren. Willi, alter. Nee, mach. Für Tobi. Wir haben Willi mitgenommen. Wir müssen sehen, alter. Sehr schön, Benni. Sehr schön, Benni. Sehr schön, Benni. Da haben ich schon wieder die Reisetasche? Ja. Wir haben die Reisetasche. Ja, aber die haben auch die Reisetasche. Ja, egal. Wir gehen jetzt erstmal ein wenig nach Hause, oder? Ja, ich steig auf, hol dir die Waffe hier rechts. Ich steig auf, ich steig hier. Ja, ja, ja. Gute Idee. Mach, 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 mach. Hol dir. Warte, Benni, ich komm mit. Wo bist du? Ich muss auch hier. Ah, nee, fahr mal, fahr mal, fahr, 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 fahr. Benni, ihr könnt doch ihre Tasche nur abliefern, wenn ihre Tasche auch da ist, oder? Was, nochmal? Ihr könnt doch ihre Tasche nur abliefern, wenn ihre Tasche auch da ist, oder? Ja, da kriegst du die nicht, krieg ich die nicht. Ja. Sicher? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Pass auf, pass auf, Tobi, ne? Ja, ich hole mir unsere Waffe da irgendwo. Oh, da war ich aber nicht durch. Vorsicht, weiter, weiter, links, links, links. Wir haben auch ne Tasche. Was ist das hin, alter? Benni, liefern die Scheiße weg da, Benni. Wie viel fahrt ihr mit der Tasche wieder in die gegnerische Base? Weil wir die aufhalten wollen, oh man. Shit, 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 shit. Ja, wir haben auch keine Chance gehabt. Dreh um, dreh um, dreh um. Egal. Lass uns wenigstens mal einen abliefern. Ja, schön, Benni. Ja, schön, Benni. Scheiße, die ungen direkt die zweite, ne? Die ungen direkt die zweite. Ja, ich nehm die, ich nehm die. Soll ich fahren, oder fährst du? Einer muss hier bleiben. Okay, dann bleib ich weg vom Gesetz. Wer ist da wagen hier vor uns? Ist das ein Gegner? Der fährt so merkwürdig. Ja, hab ich auch grad gedacht. Steck dich, Tobi. Ich frag besser nicht. Ich, ich, ich. Pass auf Benni. Ich, ich glaube es ist kein, es ist ein normaler NPC, einfach. Boah, wir ist da. Pass auf Benni. Ey, die Steufe. Er ist so kragl, wir haben einen schießen. Oh, da komm! Alter, die Badmann rastet aus. Pass auf, nein nein, stopp, stopp, stopp. Links, 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 links. Ja, ja, links, links, links. Siehst du ihn, da, schießen ab. Schießen ab, schießen ab. Alter, ich kann nicht schießen, verdammte Axt. Ich muss aufsteigen. Ich bin ausgestiegen einfach. Ich bin einfach, einfach aufsteigen. Der ist fast tot, wir haben schon mehrfach getroffen. Nein! Der hat mir Kopfschluss verpasst. Ich habe die Tasche. Sauber Dennis, sauber Dennis. Unnüttramis. Du schaffst das, Dena. Ich bin ja auch tot. Ach so, auch tot. Alter, der hat uns beide weggenast. Ja, und der hat jetzt die Tasche. Oh Gott, wo wir starten. Hey, spring rein, spring rein. Ich fahr schon, ich fahr schon. Wieso sind wir so weit weg? Tobi, hol die Tasche von uns. Ich kann sie nicht aufsammeln. Okay, 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 alles easy. Wie kommen wir jetzt da hin? Alter, never ever. Jetzt hängen wir hier irgendwo in der Pampa. Alter, was war das denn, ey? War das eine gute Idee, Felix? Du bist da irgendwo vorgehalten, oder? Okay, Tobi hat die Tasche, ne? Warte mal, warte mal. Alter, lieber markieren, ohne Scheiß. Hier gehts lang, ich bin auf dem richtigen Weg. Nein! Kommt man da durch? Kommt man da durch? Scheiße, ich hab die Tasche verloren, ich hab die Tasche verloren. Ich hab den Berg mal eine Headshot gegeben. Winnie schmettert unsere Tasche, ey, das gibt's nicht. Au! Nein, wir müssen noch ein Auto da fahren. Ja, Benni, 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 komm, wir einen Punkt brauchen. Das kann doch nicht sein. Aber übrigens, Leute, eure Zeit läuft davon, ne? Ich hab mein Auto festgesetzt, das war der Übelste. Sehr schön, Benni, sehr schön. Jetzt kann ich hier nicht weggeben. Man sieht Benni? Ja, sehr schön, Benni. Scheiße, Leute, alles ansetzen, den irgendwie aufzahlen. Nur noch zur Basis, Benni. Benni, ich begleite dich. Sehr schön, Benni. Ich bin hinter dir, ich geb dir Deckung. Wir sind alle zusammen. Ja, voll verkacken. Wir haben richtig verkacken! Da kommen sie! Da kommen sie! Super, Benni! Mano! Mano! Richtig geil gemacht, Tobi, Alter. Herzlichen Glückwunsch. Habt ihr echt gut gemacht. Wollt ihr ne Revanche? Nee! Ach nee, Alter. Jawoll! Ja, was? Das war's? Nee, nee, noch ne Runde. Boah. Ja, gut! Hab ich gesagt! Seitenwechsel! So, da kommt noch ne Runde, oder was? Ja, wieder zwei Runden. Wieder drei wär die besten Runden. Okay, Willi, sag an, wo geht's lang? Willi! Ich hör ihn nicht. Das ist sehr unverständlich, heute. Okay, Jungs. Kommt! Sollen wir zusammenbleiben? Vielleicht wär das mal ne Idee. Komm, wir springen alle in eine Kalle. Also, was geht denn hier? Buri? Ja. Base. So. Let's go! It's all about the base. Burksman? Ja, ich such grad die, ich such grad wie ne Waffe. Aber ist eigentlich nicht so klug sich da zusammen auf einem Pulk aufzeiten, ne? Ne, aber Burksman bleibt jetzt diesmal hinten, ne? Ja. Burksman. Burki Burki. Burki Burki. Burki Burki. Burki Burki. Risto Burk. Okay, der Willi sitzt im Auto. Wo mein Vater ist. Bei uns drin? Risto Burk Vater. Pass auf! Jo, wir müssen mir aber leid tun, alter. Lady Rats. Und jetzt ein Hit von Andrea Berg, bitte komm. Fahr mal gerade aus mit dem. Da ist nämlich einer. Siehst du, siehst du? Ja, ich seh's. Tobi, wir machen das Ding jetzt, ne? Ey, wir können uns hier mal in die Ecke rauflassen oder so. Wir können uns hier mal in die Ecke rauflassen oder so. Ja, nee, die sind aber unter der Brücke. Boah, wir sind eben am Lager, liegt übelst viel. Dann renne ich da hinten. Dann teilen wir einfach runter mit der Ecke. Ja, genau, Alter. Ja, Mann. Vorsicht. Oh. Alle raus, alle raus. Alle raus. Kommt ihr voran? Ich komm nicht raus. Oh, ich will jetzt aber. Oh, Vorsicht, der schießt. Der oben, 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 oben. Schießt einfach drauf. Schießt auf den oben drauf. Wenn wir ihn töten, sind wir richtig gut. Ich bin dabei. Ich hab mich schon mehrfach getroffen. Die haben mehrfach getroffen. Oh, Leute, ich hab kein Leben mehr, Leute. Oh, das ist er dann. Der Curry, der ist gleich down. Ja, ja, ja. Leider nix anderes. Der nur die schweren Pistole. Das packen wir, das packen wir. Ich werd von allen Seiten hier oben zickel. Ich bin gleich bei dir, Berg, Mann. Ich bin gleich bei dir. Alles easy, Berg, Mann. Alles easy. Wir wollen nur reden. Los, Tobi, hol dir das Ding. Wir wollen nur reden. Ich hab dem im Auge. Wolltest du meine, es ist noch safe? Ich bin fast da. Du weißt, ich bin bei uns, ne? Tobi, los, los! Ich kann nicht. Ich bin ja grad mal erst hier angekommen. Grenn zur Tasche, Dena. Grenn zur Tasche, Dena. Hast du sie? Ne, ne. Ich hab sie. Ich schnapp mir die Tasche und verringt. Genau, Tobi, ich unbedingt. Fahrt keine Muni mehr. Los, Tobi, komm, komm, komm. Wo ist die Knarre hier da? Ich fahr zurück. Dena, legst du mir hier im Bett. Ich hab ihn nicht mehr. Ich hab ihn nicht mehr. Ich hab ihn nicht mehr. Abgeknallt, ich hab ihn nicht mehr. Ich hab ihn nicht mehr. Ich hab ihn nicht mehr. Oh nein! Hast du Tobi? Kommst du weg? Nein! Tobi, sehr nice. Ich fahr ihn nicht mehr. Ich fahr ihn nicht mehr. Ich fahr ihn nicht mehr. Der Baie spawnt ist einfach so völlig. Völlig deppert, ey. Ich hau ab, Jungs, ich hau ab. Voll verschissen, Ruxler. Tut mir leid, ey. War nicht besser. Er hat die Tasche, wallert die Tasche, Leute. Komm nicht hinterher. Keine Chance. Fahrt Tobi, fahr 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 fahr! Fang den Sarazas! Schütz Sarazas! Okay? Böcksmann hast du gehört? Jaja! Sarazas muss geschützt werden, er hat die Tasche Aber du kennst Sarazas! Holt euch die Tasche Leute! Nein! Ja! Ich hab ihn erwischt! Und mit der Tasche gelegt! Nein! Nein. Ich kann die Tasche nicht aufnehmen. Ich kann nicht zwei nehmen. Ja, ne, 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 geh in die Base, ich hole die weg. Weißt du, der Walle, blindes Huhn würde ich auch bekommen, ey. Ja, echt. Walle, hast du ihn abgeschossen? Ja, ich hab den gekillt. Perfekt. Mit der Tasche, er wollte mich überfahren, der alte Schwuppensack da. Der Schwuppensack. Das ist ja für ne Beleidigung, Alter. Das ist doch ne friedliche Beleidigung. Willi Schmidt, nimm doch die Tasche, Mensch, das kann man nicht angehen. Willi Schmidt, nimm doch die Tasche mit. Willi Schmidt. Nein, da war die Tasche. Ey, ich kann nicht über die Scheiße drüber. Alter, wie du mir an mir vorbeigebraucht bist, oh Gott. Ja. Alter, das ist richtig geil. Das ist ne Ego-Perspektive. Ich nehm ja alles, was geht. Komm her, du. Ey, das gibt's nicht. Ich hab jetzt verstanden, dass ich... Die Tasche, die Tasche, die Tasche. Kann ich auch nehmen können. Ich hab Willi Schmidt, ich hab Willi Schmidt. Sehr schön, Tobi, sehr schön. Da kämmt einer bei unserer Base, der muss eliminiert werden. Alles easy. Sehr schön, Tobi, und jetzt bringen sie zurück. Ja, wer ist da, wer ist da? Nein! Nein! Sehr schön. Alter, von hinten. Yes! Ich hab ihn. Das ist ja ultra mies gewesen. Scheiß! 1-0, 1-0. Oh, Alter! Oh nein, das war mein Fehler. Ich hätte da nicht stehen bleiben. Okay, ich bin bei der Tasche, ich bin bei unserer... bei der Tasche. Okay, hier ist alles safe, hier ist alles safe, Leute. Mach Platz hier. Mann, Alter. Das war heute die Reisetasche, warum hab ich sie nicht? Ärgerlich. Fuck, ich hatte die. Warum hab ich sie nicht? Schön, Dennis, schön. Alter. Wow. Wow. Die klauen hier grad schon die kleine Tasche von uns. Mhm. Da liegt auch noch eine, in der Tunnel durch. Das ist meine, die ich hatte. Hier, hier, in dem Tunnel. Ja, komm. Ja, das ist meine, die ich hatte. Gib die ab. Da ist doch noch ein Gegner, da ist noch ein Gegner. Vorsicht. Hier ist doch einer drin. Nein. Ist erledigt. Schade. Alter, der Benny, tatsächlich. Da hab ich mir sie zurückgeholt, du Drecksack. Ja, ich konnte sie nicht aufheben, irgendwie. Ja, klar. Doch. Ich hab's zweimal probiert. Aber unsere zweite Klasse... Dena, bist du noch bei der gegnerischen Base? Ja, 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 bin ich... Ja, dann, dann, ne? Pass auf. Schaltet ihn mal aus, schaltet ihn mal aus. Geht nicht, geht nicht. Ist doch schon egal. Alter, Vorsicht, da kommt einer. Ja. So, Alter, eine unserer Tasche wird abgeliefert, ne? Perfekt. Das gibt's nicht, Willi Schmidt, Alter. Hier liegt ne geile Waffe drin, übrigens. Ich spring schnell aus der Karre. Da hat einer unsere Reisetasche. Ja. Hier, guck mal, da vorne. Ist ne richtig gute Wumme. Weißt du? Komm her! Nein! Nein, rennt doch nicht so! Nein, rennt doch nicht so! Yes! Yes! Sehr schön, sehr schön, Curry. Sehr, sehr schön. Alter Schwede. Ja! Habt die Tasche, habt die Tasche, Leute. Deck99, komm, 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 komm. Und hier liegt noch eine! Gehen breck. Yes! Ja! Und jetzt noch die andere! Was? Sie haben noch einen Punkt gemacht? Jawoll! Die andere noch? Die Leute, die muss uns ins Ziel. Dann haben wir gewonnen. Dann wissen wir extrem schwierig, jetzt nicht. Wir müssen angreifen! Es bringt alles nichts, es kommt, Freunde. immer nur ich war 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 denn da ist die ganze zeit unterwegs oder wie sagte war war das ich konnte das einfach so schnell so schön wo die tasche haben gewonnen ich glaube ich glaube ich glaube die ich glaube die zählt schon als unsere dass die in unserer basis liegt ich glaube das zählt schon begann damit im auto wenn die reine in die kiste kommt noch ein punkt unsere letzte tasche ist genau vor der basis ein bisschen ja ich weiß wie er darüber zu kommen drin und muss denn da kommt das besuch wenn die da kommt das besuch bei mir große brücke aah kommen weg mit dir ich hab's euch die ganze zeit aber verkackt hier ich bin mehrfach gestorben das ging nach hause und wir haben gewonnen aber das dritte punkt nein oh gott ja aber ich habe ich auch erwischt heiße man aber den den bergern ja wir haben gleich wir haben gleich du bist der mann tobi alles tobi bitte oh tobi bringt die letzte chance dass der tobi der hat ist da wirklich mit der tasche unterwegs kann ihn abfangen freunde wir machen es aber nicht doch der schaffigt wunder das kurskommt haben wirFX an России mit der kronteren um können hopes ihr macht den fehler er macht den fehler ich bin Nistics direkt hin der tief MC Komm Tobi. Da steht 2-2 Leute. Ne, 2, genau. Der Walle ist direkt hinter mir gerade. Komm Tobi, komm! Wir reden vom Walle. Tobi, mach doch! Nein! Scheiße, ich hab die Knarre rausgeholt und hab mich gedreht. Sehr schön Tobi. Ich komm hinten rum, ich komm hinten rum. Ist besser. Die kann ich mich nochmal selbst umbringen. Ah, die Select. Okay, alles klar. Select. Nein! Alter! Alter, der Currywurst hat selbst mal begangen. Ich bin voll runtergefallen, ich wollte dich eigentlich abschießen. Ja, das war dein Fehler. Wer fällt jetzt? Jetzt ist er nicht, kämpft er nicht mal auf dem Dach, das ist unsere Chance. Ja Tobi, 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 Tobi! Nein! Da ist es! Jawohl! Sehr, sehr, sehr. Ah, fuck! Oh Mann, Alter. Ich hab einen Fehler gemacht, den einen Fahrfehler. Als ich die Knarre gezogen hab. Ist das aufregend, Alter. Sonst hätte ich dich gekriegt. Aua, ey. Sehr, sehr schön. Ja. Jetzt kommt die Finale, oder? Ich weiß nicht, ob die... Es seilen Sie gewinnen noch dreimal. Eigentlich ist es sehr unlogisch, dass sie jetzt noch kommen, weil es kann man nicht mal gewinnen. Doch, wir können auch dreimal gewinnen. Das ist nicht best of three, sondern wer als erstes drei Punkte hat. Ja, richtig. Ist best of five. Nee, auch nicht. Doch. Doch. Das stimmt, ja, ja, ja. Ich hab gelernt, man muss Lehrern immer wieder sprechen. Ja, ja. Ich bin gerade die letzten 20 Minuten einfach nur durch das U-Bahn-System von Los Santos gefahren. Oh ja, das fand ich vorhin auch. Das ist furchtbar. Ich bin einfach immer runter von der Brücke gesprungen. Ich dachte so, ja, jetzt oder nie und dann bin ich tot gewesen. Das war mal sehr deprimierend. Haben wir auf jeden Fall gut gemacht. War ja ein knappes Ding am Ende. Ja, was soll ich so machen, Alter? Jetzt die finale Hunde, Jungs. Die Taschen sind sozusagen austauschbar. Also die Tasche, die wir haben, könnten auch die holen oder ist es immer feste Tasche? Nee, nee, immer feste. Immer feste Tasche. Wir brauchen ja genau dasselbe Prinzip wie gerade, oder, Leute? Ladies and Gentlemen, let's get ready to rumble. Wir holen das Ding nach Hause. Bis dahin, welchen Fehler wir auch immer machen, dass wir uns nicht von der Familie ordentlich ausrüsten. Los, Tobi, gib Gas! Naja, ich muss doch noch mal hier. Wir übersehen diese ganzen geilen Waffen hier. Ich find's aber auch super verwirrend, dass man nicht sieht, auf welcher Höhe die Waffen sind. Ja, das ist total... Doch, das wird angezeigt, dann ist das so ein kleines Feilchen drüber. Ja, genau, der blinkt dann. Na, Tobi, du machst das Ding jetzt. Wir holen jetzt die Tasche. Die ist jetzt oben. Das muss einem natürlich erstmal auffallen, das stimmt. Ja, klar. Tobi, guck mal rechts davon. Siehst du die Waffe? Wo, hier rechts jetzt gleich? Ja, genau. Sollen wir die mitnehmen? Alter! Warte. Pass auf, die kommt von vorne. Bleib mal hier stehen. Fahr weiter, Tobi, fahr weiter. Warum sieht man sich eigentlich direkt auf dem Radar? Das find ich auch komisch bei dem Spiel. Ja, das ist blöd, ne? Fahr ruhig, Tobi, fahr ruhig. Fahr zur Tasche. Okay. Würde lang, wenn man den mit der Tasche sieht. Ja, das reicht eigentlich schon, genau. Habt ihr schon eine Tasche? Nein. Nein. In Vorbereitung. Wir sind oben auf der Brücke. Teilweise zumindest. Es gibt ja zwei Brücken, ne? Das darf man nicht vergessen. Es gibt immer die zwei Brücken. Ich könnte jetzt nicht sagen, wo die genau sind gerade. Geh doch mal aus dem Weg, Alter. Oh, shit! Jawoll! Ich hab ihn gekillt. Er hat mich zwar umgefahren, aber ich hab ihn gekillt und überlebt. So, so leicht lass ich mich nicht abfrühstücken. Ich bin da ziemlich sauer, dass meine Tür jetzt fehlt. Das macht mich ziemlich wütend. Ey! Sollte ich holen. So. Oh, da ist er wieder. Ne. Fuck. Oh Gott! Ich wollte am Anfang noch bei der Base bleiben. Nein! Ah, der Willi Schmidt. Oha! Der Desert! Tötet Dennis! Wie schnell der gekommen ist auf einmal! Wie aus dem nichts? Ihr wirst doch schnell da hingekommen. Hab ich irgendwie nicht gesehen. Da bist du ja, Welli! Dennis räuft auf! Räuft auf! Der Räuft auf, ey! Bist du das? Bist du das nicht? Wer ist das da hinten? Tobi geht's, Leute! Tobi hast du die Tasche? Nein! Tobi ist tot! Ah, schade! Der Tobi war das! Der Tobi war das! Der Tobi war das! Scheiße! Ich hatte gerade so eine Dicke auf meinem Auto liegen, ey! So, geil! Hast du die Tasche? Ne, ich hab leider keine. Ich warte nur vorne als Schauen. Ich hab auch immer Schauen in dem passiven Modus gegangen. Ich bin ja verwirrend, wenn man hier immer spawnt in diesem Wohngebiet. Okay. Ich probier gerade mal hier noch die Waffe zu grabben, eben. Finde ich echt gut. Die können uns weiterhelfen. Sehr schön. Pass auf, ne? Hinter dir. Bin da. Bin da. Der ist aber irgendwie auf der anderen Seite der Gebäude. Auf der Brücke, auf der Brücke, auf der Brücke. Haben die im Moment irgendwas? Der kommt rüber, der kommt rüber. Nein, 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 nein. Mach ganz entspannt. Alter, ich werd getroffen! Scheiße, ich bin von... Schön, Benni. Schön. Ich hab nur ne Person noch. Ah. Ich hatte... Ich hab super Waffen. Benni, hol dir die Tasche. Mir kann ich nicht. Das war mega schlecht. Ah, ärgerlich. Curry, hilf mir. Ich bin hier grad echt umzingelt, Leute. Ich bin gar nicht bei mir. Hol die Tasche, Benni. Komm, komm, komm. Ganz weit weg. Wer ist da bei mir? Ich komme, ich komme. Ich bin das, Curry. Äh, Benni. Hol die Tasche. Wenn der Bergmann da rauskommt, ist er tot. Hol die Tasche. Ah. Yo, weg, hau. Schön, Benni, komm. Nein. Bringen sie nach Hause, Benni. Hier, hau ab, Benni. Sehr schön, sehr schön, Jungs. Nix ist sehr schön. Bring das Ding nach Hause. Die Karte ist so eine Katastrophe. Ja, ja. Ja, ja, die Karte. Ja. Nee, ich komme echt teilweise hier nicht runter, wenn man da hinten spawnt. Da sind irgendwie 10.000 Häuser, 18 Hecken. Und man probiert sich da irgendwie durchzufruseln. Boah, was? Alter. Lena, schön. Alles ist angesneakt, angesneakt, ey. Ah. Scheiße, Mann. Die Basis ist uns unbewacht von uns. Liegt natürlich auch an mir, weil ich ein blindes Huhn bin. Sehr gut, Tobi. Mit dieser Ego-Perspektive bin ich klar. Das ist echt, Herr Bergmann. Kommen Sie doch mal bitte einen Gange runter, ja? Nein. Ist jemand an der Basis? Nee, ich jetzt wieder. Pass auf, Benni, es kann sein, dass... Oh, die sind ja alle hier. Oh, die sind ja alle hier. Willi Schmidt hat die Tasche. Nein, 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 er hat die Tasche, er hat die Tasche. Okay, hinterher. Krieg ihn nicht, ich krieg ihn nicht. Bleib stehen, verdammter Hanke. Bring unsere Tasche weg, Benni. Bring einfach die Tasche weg, Benni. Bring einfach die Tasche weg, Benni. Warte, warte, Benni, da ist noch jemand. Du bist für die Tasche zuständig, Benni. Kann ich doch. Hol dir die Tasche. Nein, das gibt's doch nicht. Dennis, ich geb dir Deckung von hier oben. Alter. Jaiiii. Ey, man kommt hier drüben. Fuck. Ja! Fah, 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 fah. Schön, schön. Aber du hast alles im Blick, fuck. Alles easy, alles easy. Sehr schön, sehr schön. Jetzt wird die Tasche returnen zur Base, ne? Wenn er die aufsammelt, oder wie? Nee, ich kann das nicht. Pass auf, pass auf, pass auf. Ihr könnt die immer näher bringen, man kann die nicht mehr aufsammeln. Musst ihn schützen dann. Hallo. Oh, scheiße. Curry und Benni, macht doch mal die Tasche fertig da. Wo ist denn jetzt die andere Tasche? Die können wir nicht aufsammeln, die müssen wir nicht schützen. Ja, das war blöd, klar. Weil der mich nicht überfahren hat. Tobi, 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 du bist, du hast das alles im Blick. Alles easy. Ey, die Ego Perspektive ist der größte Dreck in sowas. Sorry, aber es ist einfach, ich springe aus dem Auto und sie erstmal in der Ego Perspektive wie ich zehn Sekunden lang drehe, oder so, weißt du, ohne dass ich was machen kann. Ja, die Tasche. Sauber. Sauber Curry. Ja, der Benni ist wieder aufsammeln. Das Problem hatte ich eben auch. Das ist unsere, genau. Oder aus jedem Euro, je nachdem. Deswegen kann man die nicht aufsammeln. Merkmal bist du noch weit weg und von der Ablieferung. Oh Mann. Dann warte ich hier. Ja, wir machen das. Wir machen das. Achso, der Willi hat die Tasche, ne? Der Willi. Jetzt nicht mehr. Hat der Willi die verloren? Der Willi hatte die Tasche. Oh, noch keiner hat einen Punkt erzählt. Ihr müsst dich zur Base bringen, ne? Der Base. Das ist echt ein spannendes Match gerade hier. Du kannst hier Waffen holen, oder? Ja, ja. Und alles schön schützen. Ja, ich bin jetzt gut ausgerüstet hier. Ich habe alles. Wo bin ich denn? Wo muss ich denn zu dieser einen Waffe da hoch, hä? Da hinten kommt einer, da hinten kommt einer, da hinten kommt einer, ne? Oh, okay, ja. Der schießt von der Ferne aus. Sehr gut, Curry. Ich schütze die Tasche hier für uns gerade. Oh, du hast mein Gewiss, ich hatte die Tasche für den Körper. Alter, ich hänge hier an der Treppe fest. Ja, ich komme gerade wieder nicht zurück. Ich weiß nicht, wo ich bin. Dann ist das auch am Start. Alter, ich kriege einen Rappel hier. Mit der Steuerung komme ich schon rein. Rappel? Rappel, schön. Hey Curry, du bewachst das hier, ne? Ja, ja. Alter. Ist der Bann umgefahren worden? Oh. Tobi, wie sieht es bei dir aus? Der kommt jetzt nah zu uns, ne? Waller. Ja, der ist ziemlich nah. Ich weiß noch nicht, wo er ist. Da oben links, oben links. Nein, da war der Treppe, da war der Treppe. Oh fuck, er hat mich bekommen. Der ist schön, Benny, sauber. Wie hat der das geschafft? Nein! Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben noch zwei Minuten, Leute. Ja, der Däner hat mich zu hart gedamaged. Halt. So. Mr. Burksman. Wir haben wieder eine Etage höher. Was ist mit unserer Tasche? Wer ist da gerade? Bist du das denn? Ja, perfekt. Sehr schön, Leute. Wir sind alle hier. Wir sind alle hier. Bist du das hier? Ja, sag du das. Bist du das, Wähler? Bist du hier? Ich bin hier bei dir. Ich bin bei dir. Wo ist der Curry? Bist du unten oder oben? Ich bin unten. Okay, ich komme runter, ich komme runter. Ich bin da unten. Nein! Alter! Komm, 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 komm! Ach, scheiße! Boah, ich habe Däner von eurer Base ausgekillt, Alter. Mit einem Snipe. Wir brauchen die Tasche, Leute. Ja, die können wir nicht aufsammeln. Die liegt da die ganze Zeit. Nee, aber wir brauchen eine Tasche von denen. Okay. Ich kümmere mich drum. Ja, die ist aber safe eigentlich, die Tasche da. Könnt ihr euch eigentlich holen. Schlussgericht. Ja. Alles klar, Burks. Man, wir müssen uns die Tasche holen. Hast du sie? Nein. Scheiße, scheiße, okay. Tasche. Ach, unten. Nein! Ah, schade. Schönes Duell, Benni. Schönes Duell. Die drehen sich einfach zu langsam. Da habe ich dich erwischt. Da habe ich dich erwischt. Mir wurde schon gehittet von den jemanden. Hat auch nicht viel abgezogen. Also, ich habe die Basis von denen in Schach, aber es wäre noch keine Punkte erzählt. Wie sieht es denn aus? Fuck! Ja, das Ding ist, wir müssen... Und die Tasche, die wir sammeln müssen, die liegt kurz vor unserer Base. Sie müssen nur einsammeln und die letzten Meter noch reinbringen. Hier ist gar keine Tasche, Tobi. Ne, hier ist auch keine Tasche. Liegt die nicht oben bei denen auf der Brücke? Die liegt hier bei uns. Ne, das ist unsere Tasche, wo ihr da seid. Nein. Nein, nein. Ihr müsst eure Tasche, die liegt fast vor eurer Base. Ja, das ist vertauscht. Das hat mich eben auch irritiert. Naja. Man kann sie nicht gegenseitig aufsammeln. Man kann die auch nicht zurückbringen. Die bleibt immer da liegen. Mhm. Aber ist halt schwer perfekt. Bring's nach Hause, Bugsman. Boah. Dauber. Bugsman, wo fährt man denn runter von dieser Brücke? Ich check das nicht. Ja, weiß ich nicht. Das ist einfach super kompliziert, weil man kommt von dieser Brücke nicht runter. Ich weiß auch nicht, wie man das Navi am besten einstellt. Das ist ein bisschen kompliziert. Ah, fuck. Leute, der Willi hat die Tasche gleich. Nein, 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 nein. Komm, bring das über die Zeit, Leute. Tobi, 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 Tobi. Wir haben ja nicht mal einen Punkt. Das ist dann... Nein, fuck. So, hab ihn. Jetzt kann ich die Tasche einsetzen. Nein. Vier. Drei. Eins. Und jetzt? Haben wir gewonnen. Haben wir gewonnen? In Sekunde null. Ne, Bendy hat die abgekippt. Ich hab sie noch abgegeben. Nein! Ich hab sie noch abgegeben! Nein! Ja, nein! Jawouuu! Alter! Alter, alter, alter Bendy, du warst mich noch mal an. Bendy, du bist der Held ey. Richtig geil. Alter, krass. Sauber, Bendy, guck wie ihr habt der. Ja, voll. Wir haben schon wieder gewonnen meine Damen und Herren. Schon wieder! Unverständlich. Sehr schön. Langsam kein Spaß. Alter, das gibt's doch nicht. Diese war aber echt knapp, muss man sagen. Ja. Ja, das war eine super Runde. Ja, und dann sag ich mal, bis zur nächsten Folge, oder? Ja, danke fürs Zuschauen. Tschüss.